Hallo Leute und herzlich willkommen hier auf dem Weg gerade nach Flare ist natürlich im Flip hier und irgendwie backt der Boden ziemlich hart, aber das stört uns jetzt nicht weiter. Irgendwie ist das echt ein bisschen hartkantig, also bitte überarbeiten mit dem Flip-Community. So kann man das ja nicht durchgehen lassen. So, jetzt sind wir gerade hier irgendwo, wo... Gute Frage. Da müssen wir hin. Ach, da oben gibt's auch noch eine Quest. Da gibt's auch noch eine Quest. Scheiße. Viel zu viele Quests hier. Mensch. Ich kann doch wieder alles nicht machen. Naja. Also, das wollte ich gar nicht machen. Das mach ich noch. Das können wir nicht vergessen. Das hier können wir auch vergessen. Und das hier können wir schon lange vergessen. Quest aufgeben. Okay. So, das Quest? Der Quest? Keine Ahnung. Egal. So, das Blue Honey. Was kommt heute? Bis zuerst, da geht auch keiner mehr hin. So, und deswegen gar nicht mehr viel. Da kriege ich höchstens noch 2%. Ich meine, für 2% renne ich hier gerade um die ganze Welt, aber nun gut. So, was gab's noch Schönes? Das mach ich auf jeden Fall. Was war das hier? Ah, genau das mach ich auch noch. Okay, gut. Jetzt wollen wir erstmal gucken, was hier noch Schönes gibt's. Ähm, nämlich gibt's hier in der Stadt eine schöne Mission. Hoffe ich mal zumindest was Schönes. Ist das neu? Das ist neu. Das, warte mal. Wozu bin ich hier? Das ist neu. Das ist neu. Das ist neu, Leute. Haha. Toll. Super. Finde ich gut. Sieht nochmal geil aus. Genial. Finde ich gut. Aber hat sich doch gelohnt, dieser Ausflug schon. So. Ähm, ja, mein Christ. Ach du Scheiße. Ähm, Angeleiter zusammen. Haben wir das nicht schon lange? Ist egal. Was für Dinger. Nehmen wir einfach mal an und proben dann was von den Partnern. Von was? Gestohlen Dokumente. Die finden wir auch wieder an. Nia zieht sich denn auch sogar noch hier her. Ja, die haben wir doch schon, oder? Egal, keine Ahnung. Zerschwundene Puppe. Nia, Leute. Um genug Geschenk zu machen. Ne, nehm ich an. Ähm, süße Nachspeise. Äh, das haben wir auch schon abgebrochen. Die Quests. Und, äh, Game. Poporams. Das haben wir auch abgebrochen. Menschens. Kinder ist hier. Haben wir doch alles abgebrochen, was die mir sagen will. Gut. Aber wir haben wieder ein paar neue Quests, die wir sogar vielleicht machen. Haha. Ach guck mal, das ist alles neu hier. Alles neu. Nicht schlecht. Fällt mir. Brücke ist neu. Ich mein, die Brauch stand schon immer da, aber gut. Dieses Riesenschiff hier ist neu. Es gibt insgesamt... Boah, Spack. Bisschen mehr Grün hier. Das Ding ist auch neu. Wuh, Spack. Wir kennen den Coupon, Spack. Wir kennen auch noch nicht den Typ. Okay. Warte, was wollte der? Ja, dann steig halt ab. Mensch. Okay. Okay. Blah, liebe. Ach du Scheiß. Okay, ich nehme gerade wieder zu viel an, oder dass ich mal irgendwas durchlese. Auf jeden Fall. Der zu gebrochen Kontinent, das haben wir schon gewählt. Ähm. Event. Hey, warte. Habe ich die gerade angenommen? Ja, okay. Das habe ich angenommen gerade. So, Verwalter. Was gibt's denn noch? Schönes Unbekanntes. Machen wir auf jeden Fall noch. Äh, das haben wir... Da haben wir ja schon ein paar... Ach nee, was war das? To-Reals-Matches. Warte, wo ziehen wir die her? Mal schnell gucken. So ein bisschen wieder organisieren hier. Äh, ich glaube, die waren auf jeden Fall in St.Morning oder in Meines. Das wäre... Ja, bei den Dingern, die kann man auch schon abbrechen. Bis auf jeden... Okay. So. Äh, gut. Also das machen wir, das machen wir. Das machen wir auf jeden Fall auch. Ähm... Red Bang. Liebesband. Wo sollen die nochmal sein? Da oben irgendwo, bei den Flare. So, dann wollen wir mal gucken. Ne, diese Quest nehmen wir nicht an. Die sind nämlich richtig scheiße. Weiß nicht, da habe ich jetzt keine Lust drauf auf die Quest. Ich weiß noch, da bin ich jedes Mal dahin gerannt. Hab vielleicht ein bisschen Geld gekriegt, aber irgendwie habe ich es nie richtig gemocht. Diese Quest. Insofern lassen wir das jetzt auch sein. Denn wir sind schon 35 und können jetzt schon selber etwas entscheiden. Haha. Ach, wie diese schönen Ei-Buds. Und wir fliegen und wir fliegen. Und ich weiß ehrlich gesagt gar nicht mehr wohin, aber irgendwo hier sollte das noch eine Quest geben. Meine ich, wurde mir doch angezeigt, oder? Zunut fliegen wir irgendwie zu diesen Banks. Weil es gibt eben auch noch diese stärkeren Banks. Nicht nur die Level 20er Banks. Nein, nein, nein. Auch noch die stärkeren. So, aber wo soll es hier diese Quest geben? Oder gab es die nur, als ich noch lecker drunter war? Oder gab es die nur, als ich noch lecker drunter war? Warte mal, also wir brauchen ja auch noch hier... ...debergebraten. ...und so, wie ist das? Ah, die letzte Plätze? Ach, das ist das. 30 Stück, würde ich mich verarschen! Ok, naja, aber hier gab's doch noch irgendwo eine Mission, oder? Meine ich das jetzt nur? Hab ich mich da vollkommen so vertran, dass es das nicht gibt, aber hier war doch irgendwo was. War das nicht da irgendwo? Ja, irgendwo gab's noch eine Mission. Kommt. Leute. So verplant wie ich doch auch noch nicht, oder? Ja, anscheinend schon noch. Ha! Pam! Ich hab's doch gesagt, hier gibt's noch irgendwo eine Mission. Ähm. Mhm. Okay, machen wir gut. Ja. Machen wir auch. Gut, perfekt. Jetzt sind wir erstmal wieder ein Flaches hier anscheinend irgendwie ein bisschen angestellt. Wir sollen hier jetzt erstens mal ein paar Letter finden und zweitens mal ein paar Leute töten und drittens mal endlich diesen Dungeon untersuchen. Da war nämlich die Mission vom Dungeon. Genau, das war's. Aber erstmal suchen wir jetzt diese 30 Letter zusammen. Auf das hab ich jetzt eigentlich gar keine Lust. Aber nun gut. Unknown ID, Unknown Letter. Hab ich das nicht schon gemacht? Mir ist voll so, als hätte ich das schon gemacht. Auf jeden Fall sind die hier irgendwo. Hallo. Ich suche Unknown Letter. Ich suche Unknown Letter. Hallo. Die waren aber mal hier. Äh? Die waren auf jeden Fall mal hier. Ach Leute, wisst du noch, wo wir hier waren und einfach mal auf Level 20 kommen wollten dann endlich. Das waren doch noch Zeiten. Wo sind jetzt diese scheiß Letter? Egal, dann untersuche ich jetzt erstmal den Höhlen-Eingang. Uh, kannst nicht mal. So, was soll ich denn hier machen? Äh, wo war das hier? Wo war's dran? Ich überprüfe jetzt erstens einen Eingang von 5.5.5. Oh, ok. Der muss nicht mehr besuchen. Sollte einfach mal hingehen, oder was? Das ist doch hier dieser Master Angel, oder? Suche. Habe ich jetzt geschafft? Alter, kann der sich jetzt mal für sie verziehen hier? Der nervt mich. Dankeschön. Oh, ich krieg's so geil für den. Ja, ich würde sagen, das war jetzt die Suche. Weiß ich nicht genau, aber ich schätze es mal. Äh, jetzt gehen wir auf jeden Fall mal hoch. Jetzt will ich aber eben lieber doch auf dem Board sein. Weil diese Viecher waren dann doch nicht so ganz schwach. So, hier waren sie doch. Das sind doch, was ist das hier diese? Red? Ja. Welches Level sind diese? 35 dürfte passen. Fast locker. Was soll ich mit denen machen? Einfach nur töten? Nee, oder? Kann's doch nicht sein. Auf jeden Fall packen wir uns jetzt erstmal. Dann hüllen wir uns noch einmal, damit wir auch volles Leben haben. Äh, und jetzt wollen wir mal gucken hier. Nee, das war was anderes. Nee, das war auch was anderes. Hier. Head of Red. Bang. So. So ein Parken wird schon nicht mehr. Der wird 30. Ups. Farm und farm und ich trink Milch. Und farm und farm. Zack, da haben wir es doch schon. So leicht kann's gehen. Gut, äh, jetzt würde ich mal eben. Hier eben gucken, ob da noch irgendwas. Da war doch auch noch irgendwas. Diese, diese Letter. Gibt's denn die? Scheiße nochmal. Unown Letter. Das bringt mir jetzt wahrscheinlich rein gar nichts mehr. Sondern nur so... Mindestens... Maximum. Unown ID. Hier war die ID. So gab's die Letter. Ich hab ja noch keinen einzigen davon. Hm. Unown Letter. Wo sollen die sein? Wo sollen die sein? Ach so. Ach perfekt. Jetzt wusste ich auch noch nicht, dass es das gibt. Perfekt. Also einfacher geht's ja gar nicht. Da waren die anderen Letter. Echt? Ach und jetzt hab ich das... Aaaaah. Also wenn das mal nicht perfekt ist. Jetzt zeig ich da so ein Pfeil auf dem Kopf. Und jetzt... Kann ich da hinfliegen. Das wird mir angezeigt. Wenn ich jetzt dazu da abdrifte dann... Also das ist echt mal... Das ist einfach. Muss ich erst da nutzen. Weil man findet ja echt... Also... So war's früher zumindest. Ich glaub da gab's das noch nicht, als ich das mal zum ersten Mal gespielt hab. Äh... Und da... Bist du echt verzweifelt. Was ist das hier? Ah non Letter. Wer sagt's denn? 30 Bilder haben. Scheiße. Das kann dauern. Ich glaub einen. Immerhin. Zwei. Und noch einer da hinten. Zwei. Und die brauchen die auch sicher? Ja. Und noch einer. Ja. Das haben wir uns dann mal irgendwie gegeben. Ach. Was ist da hinten? Da hinten? Da hinten? Ich hab einen gesehen. Oh Gott. Ist das spannend. Wird der 30 kriegen, bevor der Part zu Ende ist? Ich glaube nicht. Oh mein Gott. Also das ist ja echt böde wie Sau. Aber nur gut. So was... Solche Seiten hat Flip eben leider Gottes auch. Also... Kann mir jetzt nichts sagen. Ich mein okay welches Spiel hat's nicht. Ich töte jetzt einfach mal hier so einen Typ, den ich eigentlich nie getötet hab. Bam. Einfach so aus bloser Langeweile. Guck dir noch irgendwo einen. Warte. Warte. Wo führt denn der hin? Ach. Tja. Da hat mich irgendwie hier schön hingebackt. Also 30 Stück ist dann schon hart. Ich mein eigentlich geht's doch... Ich versteh gar nicht warum. Früher war das noch so die Mission, da war das nicht so ganz leicht, weil man nicht wusste wo man hin muss. Jetzt kann man anzeigen wo man hin muss und dann ist doch eigentlich vollkommen egal wie viel man sammelt oder? Ich mein... Ob man jetzt einen findet oder 30. Okay, früher war das noch eine Aufgabe eben einzufinden, aber jetzt ist ja nichts nur noch leicht. Fazit die Mission für den Arsch. Aber gut. Ähm... Ja. Ach. Könnten die mal wieder spawren die Flieger. Fünf. Ich warte jetzt noch einmal bis alle nochmal gespawnt sind. Dann sammle ich weitere fünf ein und dann laufe ich zum Beispiel in die Stadt. Ne, dann fliege ich erstmal zu dem einen und halt die da. Der vom Dungeon. Hab ich noch irgendwas angenommen? Den ja, den hab ich ja auch noch fertig. Hallo. Soll ich mich nochmal entfernen hier? Dann kommt vielleicht was. Ich hoffe es jetzt einfach mal. So, jetzt bin ich noch weit genug weg, oder? Na ja, sowas ist eben immer... Na ja. Nervt etwas. Aber man muss sie nicht machen und solche Missionen mag es wirklich eigentlich nicht. Aber jetzt hab ich angefangen, jetzt mach ich das auch zu Ende. So stark ist dann eben doch mein Ehrgeiz. Wobei ich hab 35. Wartet mal ab, bis ich... Ja, na ja. Wartet mal ab. So. Ja, ganz toll, dass die Zeit um ist. Ist ja echt super. Ja, hab's gehört. Ey, jetzt geh aus. Mann. Kann ich jetzt endlich mal hier so ein scheiß Ding nochmal spawnen? Mann ey. Alle Scheiße hier. Hallo. Annahme Letter bitte. Wie oft soll ich hier noch rum... Ah, okay. Also ich sammle jetzt die noch ein. Aha, da hinten ist noch schön viele. Warum zum Teufel muss ich 30 von den scheiß Dingern sammeln? Kann ich das mal erklären? Versteh ich nicht. Unnötig. Da blinkt's noch schön. Oh Gott, ich will nicht wissen, wie viel von den Dingern je schon im Schliff aufgesammelt wurden. Können ja 10.000 sein. Wenn ihr mir überlegt, jeder... Das macht natürlich keiner diese Mission außer ich. Aber stellt euch mir vor, jeder würde die machen. Das wär ja mal richtig hart. Aber gut, ich glaube, jetzt habe ich erstmal diese Sache wieder hier weggeschnappt. Das heißt, ich fliege im nächsten Part dann zu dem schönen Dungeon-Typi. Ich sage danke fürs Zuschauen und hoffe es war jetzt nicht zu langweilig am Ende. Aber wie gesagt, Flip hat auch solche Seiten. Aber naja, gut. Danke, kommentiert bewertet und lasst ein Abo da, wenn's euch gefallen hat. Bis dahin. Ciao. Ciao.